Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei KryptoKey und Leute, heute schauen wir uns wieder in IDO an, wo man mitmachen kann. Aktiv wird diese Distribution in, glaube ich, sieben Tagen, das heißt jetzt noch schnell mitmachen, damit auch jeder dabei sein kann. Funktioniert wirklich super simpel und super einfach. Und ja, wir schauen uns jetzt einfach ganz kurz das Projekt ein bisschen an. Ich werde das ein bisschen überfliegen, aber du wirst dann in Relation circa wissen, okay, um was handelt es sich und welche Token kannst du hier erwerben. Denn natürlich werden wir sie nicht nur erwerben und halten, sondern wir werden hier einen Exitplan oder Plan machen, damit wir sagen, sobald wir die Token erhalten haben, die bekommst du eigentlich kurz nach der Distribution. Das heißt, wir sagen dann, ja, wir wollen sie, wenn sie ausgeschüttet werden, werden wir sie eigentlich zeitnah, also in den nächsten Minuten versuchen zu verkaufen. Weil viele große Leute werden das natürlich auch machen, dass du 10, 20, 50 oder 100x vielleicht sogar mitnehmen kannst, je nachdem, wo der Preis an dem steht. Einkaufspreis wird 1 Cent sein. Schauen wir uns jetzt einfach kurz einmal das Projekt selber an, das nennt sich Steppen. Ist eigentlich so eine App, die hier genutzt wird, um deine Bewegungen, ob du Sport machst, Gehst oder ähnliches, damit du dadurch Tokens verdienst und diese dann umtauschen kannst in USDC oder irgendwelche anderen Kryptowährungen. Und dadurch eben Geld verdienst. Ist natürlich interessant, wenn du jetzt sagst, du bist zum Beispiel ein Bauarbeiter, bist den ganzen Tag am Bewegen, und hast immer deine App mehr oder weniger aktiv im Hintergrund und verdienst zu deiner Arbeit nochmal Geld. Oder du bist regelmäßig im Fitnesscenter, bist ein Trainer, läufst einen Marathon, wie auch immer, bereite ich dich für Marathon vor, verdienst du einfach nochmal Geld dazu. Und Leute, man darf auch nicht vergessen, dieser GSD-Token, den man da verdient, ist nicht der, den wir erwerben. Dann muss ich auch nämlich unterscheiden, es gibt zwei verschiedene Token. Es gibt einmal den GSD-Token, den man im Spiel verdient und tauschen kann, und dann gibt es den GMT-Token. Das ist da, wo wir jetzt mitmachen beim Public Set. Und der GSD-Token ist aktuell 3,45 Dollar. Ich gehe hier einmal zum Screen Monitoring, damit du das auch siehst. Der GSD-Token 3,45 Dollar. Und das ist wirklich nicht schlecht für das, dass man sagt, man macht beim Sport und Ähnliches und kann sich die Token dazu verdienen. Schauen wir kurz auf die Website, dass du das auch siehst. Und du siehst eben in Live-Zeit, wie viele Meter mehr gelaufen werden. Also 826 Millionen Meter wurden schon gelaufen. Es wurden zum Beispiel 51 Millionen Kalorien verbrannt. Und ja, du hast auch hier einfach mal die Roadmap. Sie haben eben jetzt, dieses Quartal haben sie begonnen mit dem Trading-In-App, mit der Marketplace in der App und, und, und. Das heißt, du kannst die App jetzt schon aktiv nutzen. Ich werde vielleicht nebenbei noch ein bisschen was einblenden dann, damit du das auch siehst, wie das eben so ausschaut. Und es geht halt weiter bis zur Online-Marathon, was sie machen werden. Du siehst hier auch ein bisschen, welche Firmen jetzt schon gefeatured wurden. Du siehst hier das Team, wer dahinter steckt. Du siehst hier schon die Pirater, also die Advisor, welche schon dabei sind. Und du hast hier schon Firmen, die teilweise dabei sind und investiert sind. Sie wurden auch schon mehrmals, und wer das kennt, vielleicht die Plattform Medium, dort wurden sie schon mehrmals erwähnt. Die Tokenomics, damit wir uns das noch anschauen, sieht eben so aus, damit wir hier, es gibt, was ich gerade gesagt habe, den GST-Token. Der ist unendlich verfügbar. Und es gibt den GMT-Token, wo wir dann mitmachen werden, jetzt bei der, bei der Public Sale, wo wir natürlich hoffentlich genug Gewinn rausholen. Weil wir zahlen nur einen Cent und hoffentlich bekommen wir dann mehr. Der GST-Token, den kannst du für vieles nehmen. Du kannst sie tauschen in andere Kryptowährungen, um Geld zu verdienen. Du kannst aber auch deine Schuhe ein bisschen aufrüsten, Gems, Upgrade machen und Ähnliches. Der GMT-Token ist eben dafür gedacht, für das Minding oder Minting, wenn man das so nennt. Es wird 6 Milliarden GMT-Token geben. Aber auch diese werden verbrannt, eben zu einem der 7 genannten Dinge, die du hier siehst. Sie haben aber auch offen geschrieben, und ich glaube, das haben sie hier geschrieben, Stephen Steppen hat eben geschrieben, dass bereits 5 Millionen US-Dollar eingesammelt wurden für die Web 3.0 Investoren von zum Beispiel Sequoia, glaube ich, so nennt man das Capital. Und das sind 16,30 Prozent der Token wurden daher, also alle GMT-Token wurden daher ausgegeben, für einen Preis von 0,005 US-Dollar. Das heißt, für die Hälfte von dem Preis, was wir jetzt zahlen würden. Und deswegen meine ich, wir brauchen ein Exit-Plan, wenn wir dann eben unsere Coins bekommen, weil auch die werden zum Teil richtig verkaufen und ihre Gewinne mitnehmen wollen. Das ist ganz klar. Ich glaube, sonst, genau, vielleicht, dass du noch kurz verstehst, wie dieses Spiel ausschaut. Da wäre ich auch, es gibt hier eben verschiedene Schuhe, die du kaufen kannst. So sieht es, ich lasse das gleich hier, denn bräuchte die App gar nicht öffnen. Es ist 1 zu 1, ich habe sie schon installiert. Es ist so eine Marketplace, den du hast, du kannst hier verschiedene Schuhe kaufen. Es gibt den Walker, das heißt für Leute, die 1 bis 6 kmh gehen, den Jogger für 4 bis 10 kmh, den Runner für 8 bis 20 kmh und den Trainer, der ist irgendwo zwischen 1 und 20. Du verdienst dir diese GST-Token pro diesen Blitz. Was man mit dem Blitz noch auf sich hat, genau, kann ich nicht im Detail sagen, aber ich glaube, das ist einfach, wenn du dein Level voll machst, was hier eben dann irgendwo aufscheint, weil du kannst hier irgendwo starten, genau das hier unten, Energy Cap. Und ich glaube, die Energy Cap musst du voll machen, dass du eben diese Token hier bekommst. Wenn man jetzt denkt, okay, du machst die Energy Cap einmal voll, je nachdem, wie lange es dauert, das kann ich dir nicht sagen, und einmal voll machen, wäre dann 4 GST-Token, das wären in etwa jetzt so diese 14, 15 US-Dollar zum aktuellen Zeitpunkt. Ist, glaube ich, ganz interessant, wenn man das so nimmt und je mehr man macht, umso mehr ist es für das Fitnesscenter und Ähnliches. Du kannst diese dann aufrüsten mit verschiedenen Edelsteinen, weil sie haben so Stärken und Schwächen, wie man hier sieht, von Comfort, Residence und, und, und. Das heißt, sie wären auch ein bisschen ausgelatscht, wenn man das so nennen darf und man muss Repair-Kosten zahlen, damit du auch weitermachen kannst. Und sie haben das ganz cool gemacht, was das jetzt so angeht und sieht eben noch sehr gut aus und zahlst auch einmal stehen, wenn du das jetzt live aktiv machst, wie wird das gemacht? Für alle Leute, die glauben, sie können dieses System hier irgendwie bescheißen oder Ähnliches, funktioniert nicht. Sie haben nämlich geschrieben, sie haben hier einen, einen, ich glaube, in Binance steht das irgendwo hier drin, dass sie hier irgendwo ein, ein, ich finde das jetzt leider im Detail nicht ganz, auf jeden Fall steht, wo das hier ein Bot eingebaut ist, damit du eben einfach nicht bescheißen kannst und irgendwie versuchst, dass hier unendlich viel Token erstanden werden. Aber sonst wird man hier disqualifiziert, beziehungsweise wird dieses Level nicht voll gemacht. Ansonsten sieht das eigentlich alles sehr, sehr, sehr gut aus, muss ich so sagen. Aber kommen wir jetzt einfach zu dem IDO. Wir sehen hier Steppen, der IDO auf der Binance Launchpad. Wie kommst du dahin? Du gehst hier oben auf Earn, du gehst dann auf Launchpad und dann kommst du auf diese Launchpad. Und da hast du Steppen. Was du hier nur machen musst, das funktioniert super einfach. Jetzt sind es noch 5 Tage und 12 Stunden. Es tut mir leid, dass ich es nicht früher vorgestellt habe. Ich habe aber heute, morgen alles bei Binance in Stacking gegeben, was so gegangen ist, was ich hatte. Und habe den Rest jetzt umgetauscht alles in BNB-Token. Und einfach nur, dass du BNB-Token hältst und dass du siehst, dass ich das gemacht habe. Aber ich habe jetzt nicht sehr viel auf BNB liegen. Aber mit Ausnahme das, was noch im Stacking ist, habe ich jetzt noch 2.154 US-Dollar. Von BNB-Token sind es knapp 6 Stück. Der große Vorteil ist, der BNB-Token hat eigentlich, ist am dritten Platz. Für die Leute, die es nicht wissen, ist der dritte Platz von der CoinMarketCap. Und da können wir nochmal hineinschauen. Also im Prinzip vierter, weil der Tether ist gerade stärker. Aber von den Kryptowährungen selbst ist der dritte Platz und hat eigentlich immer sehr gute Movements, wie Bitcoin und Ethereum, manchmal sogar besser performant insgesamt. Und deswegen kann man hier nichts falsch machen, wenn man seine Kryptowährung in BNB tauscht. Und du musst nichts machen, außer so wie ich sie hier habe, und diese einfach nur halten sie. Du lässt sie liegen, du lässt sie halten, Sache erledigt. Und jetzt wird eine Snapshot-Periode gemacht und das heißt, es wird jeden Tag um 3.30 Uhr abgedeht. Jede Stunde wird ein Snapshot gemacht, wie viele BNB-Token du hast. Und diese werden dann hier eben angezeigt. Und mehr brauchst du auch nicht. Wenn du noch keine hast, kannst du sie kaufen. Ich habe in meinem Fall alles genommen und habe sie in BNB getauscht haben. Solltest du bei Binance hier verschiedene kleine Kryptowährungen zusammen haben, das heißt hier überall 0,0000, irgendetwas, hast du dir oben, das kannst du dir anschauen, Convert Small Balance to BNB. Das heißt, hier klickst du hinauf, er sagt, hey, du hast so und so viele kleine Small Balances von verschiedenen Kryptowährungen, machst einen Klick und hast dann automatisch alles in BNB-Token. Ist auch sehr interessant. Was wir jetzt nur beachten müssen, es gibt die Subscription-Period, die ist am 9.03. um 7 Uhr früh. Und wenn das erreicht ist, wird eben geschaut, dass du eben BNB-Token gehabt hast. Und da musst du einen Link klicken, dann werden diese ganz kurz versperrt. Das ist nicht lang, weil um 10 Uhr beginnt die Calculation-Period. Das heißt, es wird natürlich geschaut von allen, die mitgemacht haben, wie werden die Token aufgeteilt. Und um 11 Uhr, das heißt eine Stunde nach der Kalkulation, gibt es schon die Final Token Distribution. Das heißt, alle Token werden uns ausgegeben. Und du siehst, jeder, der mit 0,1 BNB kann man hier schon einsteigen. Das ist natürlich echt nicht viel. Das sind circa 40, 50 Dollar. Man muss sich halt hier auch wirklich im Klaren sein, dass man hier dann nicht viel bekommt. Aber für jeder, der wirklich ein bisschen was investiert und sagt, okay, ich möchte sowieso investieren oder ich tausche jetzt kurzzeitig meine Token einfach in BNB, weil mit einem Fall würden sie zwar mitfallen, aber mit einem steigenden Kurs geht der BNB sowieso wieder mit, hat halt hier die Möglichkeit mitzumachen. Und es werden insgesamt 420 Millionen Token ausgegeben und ein GMT wird hier automatisch für 0,01 US-Dollar, also einen Cent eben rausgegeben. Maximal gibt es die Möglichkeit, pro User 15.000 US-Dollar auszugeben. Das wären 1,5 Millionen GMT. Und da muss man eben schauen, wo die Reise hingeht. Auf jeden Fall empfehle ich den schnellstmöglich verkaufen. Komm in die Telegram-Gruppe. Da werden wir das zusammen machen. Genau. Das war es dann eigentlich aber auch schon, was hier angeht. Du kannst dir das ein bisschen anschauen. Es funktioniert wirklich nur so BNB halten, am rechtzeitig den Distribution-Knopf zu drücken, weil der gilt ja nur 2 Stunden lang. Das heißt, am 9.3. von 7 Uhr ist es wahrscheinlich nach deren Zeit in Amerika oder CMT Zeit. Vielleicht ist es auch unsere Zeit hier. Kann ich genau nicht sagen. Bis 10 Uhr. Aber letztes Mal war es auch beim CoinWeb-Token so. Das ist unsere Zeit eigentlich sehr angenehm. Und hast 2 Stunden Zeit, diesen Button zu klicken und dann bist du dabei. Genau. Und ansonsten war es das jetzt eigentlich. Das heißt, simpel einfach mitzumachen. Du holst ihn und in der Telegram-Gruppe komm unbedingt hinein. Werden wir dann gemeinsam einen Exit-Plan nehmen, damit wir sagen, jetzt verkaufen wir. Vielen Dank fürs Zusehen und freue mich, wenn du Likes teilst, kommentierst und ähnliches. Und ich weiß nicht, ob ich es anfangs erwähnt habe. Bleib vielleicht noch hinten dran. Ich habe etwas richtig Lustiges. Ich habe einmal ein paar Outtakes hineingegeben. Wenn du siehst, wenn ich richtig hinein starte in ein Video mit zu viel Energie und das dann nichts wird. Also, viel Spaß beim Lachen. Ciao, ciao. Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Krypto-Key. Heute unterhalten wir wieder uns. Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Krypto-Key. Und heute unterhalten wir uns wieder um ein, um ein. Wenn ihr wüsstet, wie oft ich das mache, deswegen werde ich ein paar Outtakes jetzt hinten ranhängen, dann habt ihr auch mal was zu lachen. Weil hier und da möchte ich voller Energie rein starten und spreche einfach nur Schwachsinn.